Musik ... ... arbeitenden Menschen, von denen ich rede, über eine solche Situation physisch, psychisch oder finanziell in die Knie gezwungen werden. Deshalb sagen wir, die Investitionen in die Ganztagsbetreuung, die Investitionen in die Kita, die Investitionen in die Kita, wie die Aufwertung der Pflegeberufe für mehr Personal bei der Pflege, das ist exakt das, was wir heute machen. Wenn wir zum Beispiel die Pflegeberufe aufwerten, da ziehen wir alle Konsequenzen aus etwas, was ich sehr persönlich erlebt habe. Ich war in einem Altenheim der Arbeit der Wohlfahrt in Mörs am Niederrhein. Da war ich auf einer Demenzstation. Der Leiter dieser Station hat mir am Ende meines Besuchs gesagt, Herr Schulz, mein Job ist was für Melancholiker. Wenn ich am Abend nach Hause gehe, erschöpft, dann weiß ich, dass das, was ich hätte tun müssen, ich nicht habe tun können. Ich habe nicht die Zeit dazu, weil wir nicht genug Personal haben. Und dann weiß ich auch, dass das, was die Menschen, das ist die Generation derjenigen, die das geschaffen haben, was wir heute haben, die nicht nur ihr Alter hierher bringen, sondern auch ihr Vermögen, nicht das zurückbekommen, was ihnen zusteht. Und deshalb sage ich nochmal, wenn ich aus einem solchen Heim herausgehe und anschließend sage, wir müssen die Pflegeberufe aufwerten, was wir jetzt mit dem neuen Pflegeberufegesetz wollen, damit wir mehr Personal doch bekommen und dieses Personal gut qualifiziert und besser bezahlt ist, dann ist das nicht, wie ich in einem Zeitungskommentar gelesen habe, eine soziale Wohltat, die ich verspreche. Nein, es ist die Verwirklichung des Artikels 1 unserer Verfassung. Die Bürde des Menschen ist nur für die Alten in diesem Heim genauso wie für den Pfleger oder die Pflegerin. Und deshalb habe ich mich entschieden, gemeinsam mit dem Parteivorstand unserer Partei, dass wir zuhören und dass wir aufnehmen, was die Menschen wollen. Und wenn wir darüber reden, dass in unserer Gesellschaft wir Gerechtigkeit brauchen, dann brauchen wir diese Gerechtigkeit als ein Prinzip. Und zu dem Prinzip gehören auch, dass wir gerechte und faire Löhne brauchen. Und es kann nicht sein, dass in diesem Land auf der einen Seite Unternehmensgewinne ins Unermessliche steigen und übrigens teilweise massiv gesteigert werden dadurch, dass Effizienzgewinn durch zusätzlichen Einsatz von Robotik und Maschinen erzielt wird, die menschliche Arbeitskraft reduzieren. Was ein Problem der Zukunft sein wird, mit dem wir uns intensiv beschäftigen werden, weil wenn menschliche Arbeitskraft wegfällt, heißt es ja nicht, dass die Menschen weg sind. Dann müssen wir neue Berufsfelder, dann müssen wir neue Unternehmensformen, dann müssen wir neue Berufsbilder entwickeln. Die Zukunft wird ganz stark von der Digitalisierung geprägt werden. Und wenn in dieser Digitalisierung Robotik zum Einsatz kommt, wenn die Digitalisierung menschliche Arbeitsnotwendigkeiten reduziert, muss man immer klar sagen, es reduzieren aber nicht die Menschen, die sind immer noch da und diese Menschen brauchen Perspektiven. Und in dieser Wissensgesellschaft, in dieser Wissensgesellschaft, deshalb weil ich dann manchmal lese, dass uns Leute vorgaben, wir werden nicht konkret genug. Doch, wir sind extrem konkret, wenn wir sagen, die Zukunft der deutschen Wirtschaft, die hängt nicht von der Lauer des Arbeitslosengeldbezuges ab, sondern von der Frage, ob unsere Menschen in diesem Lande gut qualifiziert und gut ausgebildet sind. Und deswegen ist die Ausbildung der Universität der Welt. Die entscheidende Weichenstellung für die Zukunft. Liebe Gäste, wer in diesem Land von Gerechtigkeit redet, der kommt nicht daran vorbei. Und deshalb komme ich nochmal auf die Löhne zurück, auf die Schere, die uns gerade in den letzten Tagen und heute über die Veröffentlichung des Armuts- und Reichtumsberichts vorgelegt worden ist, zu reden. Wenn wir in den globalen Ballungsräumen über das Leben von Menschen reden, die gut verdienen, dann müssen wir auch darüber reden, dass es nicht gerecht ist, denn Paare, die zum Teil zwei relativ gute Einkommen haben, in bestimmten Ballungsräumen am Monatsende das Geld zusammenkratzen müssen, um die Mieter bezahlen zu können. Das ist nicht gerecht. Für faire Mieten. Und übrigens, der Kampf auch für den Bau von neuen Wohnungen ein ganz zentrales Gerechtigkeitsthema in unserem Land. Und dazu gehört übrigens auch, dass die Schere auseinander geht bei den Einkommen. Ich habe da eben schon darüber geredet. Und wenn ich über Einkommen rede, ich weiß, wo ich bin, ich weiß auch, dass ich in Niedersachsen bin und ich weiß auch, dass Volkswagen in Niedersachsen zu Hause ist. Ich sage es aber trotzdem. Wir können nicht zulassen, dass die Steuerzahler die Boni von Unternehmensvorständen mitfinanzieren. Und deshalb haben die VW in Niedersachsen, das sage ich der Journalisten, damit die mich hinterher fragen müssen. Aber eigentlich, fragen wir doch mal hinterher. Sie sind ja ein Lied. Stefan Watt und ich sind in dieser Frage absolut einig. Wir haben einen Gesetzentwurf eingebracht, da steht drin, ab 500.000 Euro aufwärts können Boni nicht mehr als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Von der Steuerzahler. Von der Steuerzahler. Von der Steuerzahler. Platter hat, als er hier in Hannover einige Male war, gesagt, es gibt nur einen Oberbürgermeister auf der Welt und wird es wahrscheinlich auch auf Dauer nur einen einzigen geben oder gegeben haben, der in seiner Amtszeit zwei Fußballweltmeisterschaften mit organisiert hat. 1974 war Hannover Austragungsstandort, da war ich im Amt. Und 2006 war ich auch im Amt. Das war schon eine besondere Situation. Die Menschen lagen sich in den Armen. Und ich erinnere mich an ein Spiel, wo die mexikanische Mannschaft hier gespielt hat, wo mit einmal 15.000 Mexikaner hier waren, die weder ein Hotel noch sonst was hatten. Und was noch nie vorgekommen ist, wir hatten natürlich auch, wie man das moderne und neudeutsche nennt, Public Viewing. Und die waren alle da, die Mexikaner, das Wetter war gut. Was noch nie vorgekommen ist, dass die Polizei uns bat, doch die Veranstaltung auszudehnen. Nicht um, ich weiß was, 24 Uhr abzubrechen, sondern bis zwei oder drei laufen zu lassen, weil man nicht wusste, wo man diese Mexikaner unterbringen sollte. Wir haben dann unseren Notbunker unter dem Hauptbahnhof geöffnet. Und da sind ein paar tausend Konten dort übernachten. Und die anderen bei gutem Wetter waren draußen. Von allein ist noch nie etwas besser geworden. Es braucht Menschen, die dafür kämpfen. Für ein besseres Land. Miteinander. Solidarisch. Wir tun das seit 150 Jahren. Als eine demokratische Partei, die für alle Menschen da ist. Nicht für Banken und Spekulanten. Eine Bewegung für gleiche Rechte. Für Männer wie für Frauen. Für Jung und Alt. Für alle, die hier leben. Für eine freie, eine gerechte, eine soziale Gesellschaft. Das treibt uns an. Deshalb haben wir auch in schwierigen Zeiten niemals aufgegeben. Freiheit und Leben kann man uns nehmen. Die Ehre nicht. Beharrlich und mutig. Für Verständigung und Frieden. Sondern auch klar Nein zu sagen, wenn wir mit Entscheidungen unserer Freunde nicht einverstanden gewesen sind. Mit uns ist unsere Gesellschaft menschlicher geworden. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Mehr Freiheit. Mehr Gerechtigkeit. Mehr Solidarität. Mehr Demokratie. Für ein besseres Land. Wir gehen... Für ein bisschen. Das darf ich mir...